Glam and soul. Glam and soul. Glam and soul. Glam. And soul. Glam and soul. Das Motto des Abends. Glam ist vielleicht ein Abend wie heute und soul kommt von der Seele, was wir eigentlich seit 30 Jahren fast mittlerweile machen. Wir sind nicht immer so im Rampenlicht, aber heute genießen wir das mal. Glamour ist so ein Begriff, den kann sich jeder so für sich definieren, glaube ich. Für mich bedeutet es jemanden, der in einen Raum zu gehen kann und er hat viel Aufmerksamkeit ohne zu draußen zu sein. Glamour für mich ist, wie du, effortless. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Glamour kann eine positive und lustvolle Form der Selbstdarstellung sein. Ganz viel Schmuck, ganz viel Glitzerglitzer. Glamour ist für mich sowas zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade die neue Kollektion angeguckt und finde ich gigantisch. Es ist wirklich unig und ich bin so glücklich, dass sie es wehren. Sehr glücklich und definitiv sehr glücklich. Jeder Anhänger hat so seine Bedeutung und seine Geschichte für mich. Heute bin ich sehr, sehr glamourös. Ich habe vor vier Jahren schon mal einen Song für Thomas Sabo gemacht und da war es natürlich schön, dass sie mich nochmal gefragt haben und unter Male natürlich diese wunderschöne Kollektion sehr gerne. erst ist dies, ich bin mein Geber. Nach dem Zusammenhang und sehen. Ich bin dein Baby gut über die Kontrolle. Gleichekay, wwtl portraits wir koń. Untertitelung des ZDF, 2020